eine halle was du meinst ne das schon kommt bei mir irgendwie so auch nicht warum ja bei der Regel immer hier halt ich guck mal ne kurze Leichen und so ne oh shit da ist noch so einer hier ist noch einer übernimm den Körper könnte ich übernehmen aber leider nicht ich hab den letzten gerade getötet hier ist ne Leiche da oben ist einer da oben ist einer ja ich komm sofort hier bei mir bei mir oben kriegst du den? ja jetzt komm runter hier steig ein die Zeit läuft mir ab alter komm jetzt jetzt läuft keine Zeit überhaupt ist doch cool kann ich gerade gehen ab von mir das kann ich so was kann ich hier irgendwo einfach nach vorne einfach nach vorne ich schieße die Raketen alter weiß ich auch nicht grad muss man nicht mehr ok mit Letters schlage ich ok mit x ah mit ähm wow mit Letters machst du voll die geil move mit G schieße die Raketen echt? naja ok ok alle da kommt ein Heli komm mal hilf mir mal attack the Heli boah wie der gar nichts kann alter ich kann nicht mehr schießen mal das sind überhitzt ja mein auch du brennst ein bisschen alter ja ich weiß ich hab mich geschluckt am Anfang daaa bazooka oh shit die wildbomb oh Gott alter verschwindet zum Deck Powerarmus in dem Anflug oh ich bin oh der Roboter jetzt willst du nicht drücken ah kannst du nicht scheiße bei dem doch ein Typen der hier ist da hinten ist einer äh da mach ich schon keine sorge ich bin gleich dauernd ich muss dich für so lange verstecken alter nicht dass du draußen Roboter ausstecken willst ok da steht ein Raketen auf mich bist du ausgestiegen? ja ich bin um deinen der ist da oben auf der kante ich hab dich kriegst du gar nicht so ein Genieflocker alter ja ich bin runtergefallen ja ich bin tot ich hab's probiert da hab ich rausgefallen ja sorry du musst genau an der kante alter genau an der kante wärst du wenigstens noch rüber gesprungen ich weiß ne shit aber na egal der hat wieder voll live alter ich hab den Schild eingeschaltet der erste ist down der zweite folgt oh das heißt auch schon wieder an ok und das ist noch so ein Roboter ich mach wie viel ja warte komm mal boah der voll auf mich schießt alter ich muss mich fast verstehen boah ich bin auch fast weg alter ja ich merk das schon alter kann ich dich heilen? boah du darfst doch nicht sterben wieder mal so ein Zeig neben mir rumhüpft aber das ist immer drin ich bin übernimmt ich bin übernimmt ich bin übernimmt ich bin übernimmt ich nimm dich Alter ich kann schon am besten dir helfen Alter oh ich hab mich selbst getötet in dem ich auf die verfickte Kante geschossen hab oh gut da ist noch einer Basuka Heidi Alter ja ich kann sagen da ist noch einer noch einer noch einer ja ey ich hab wieder 100% ah das lädt sich immer wieder auf brenn ich bei dir? ne du gehst bei mir ganz normal manchmal musst du rennen um dich beizubehalten Alter ja wo bist du so da Aua Leute oh shit das ist ein Vager das ist noch so ein das ist noch so ein ja das war's Junge wie 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 groß ist die Autobahn Alter nicht groß Aua sorry hinter uns nein hab ich denn Schaden gemacht ja neu alter die hält das glaube ich nicht mehr aus Alter Alter der Himmel hat sich voll verfärbt alter kranker Scheiß hier frisst meine Macht alter Bazookas schieße oh wow lol das war ich nicht nein du hast mich irgendwo abgeschossen da Heli oh Gott zwei Helis ein Handy weg da ist noch einer oh der schießt grad auf mich nein nein böse böse der ist weg Handy ist weg wie du eiferox Alter ja ja geht einfach da ist noch ein Typ übernimm doch mal wenn du willst Bazooka ist es über uns jemand? ne ich war mit dem Bazooka warte ich das du hast geschossen deswegen Die Bitches da oben ist ein Bazooka Typ oh ja irgendwie kann machst du fast nichts oder? ne wups sorry mach echt nicht viel alter halt dein Maul alter geh mal da oben da ist irgendjemand ja hab ich auch geknallt das ist nur irgendwo so ein Anzug hier ist noch ein Anzug hier 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 bei mir bei mir warte ich mach erstmal die Idee hier zack und zack jetzt kannst du länger übernehmen Leute let's walk bitch ja wie machen wir denn jetzt auf? ah ich muss die Brücke runterlassen ok genug ich mach das was du oh egal geh du rein ich mach das weil du dein Körper verlierst ja ich verdiene ja wohl glaub ich was so weiter alter tritt mich doch nicht um Leute? hab ich umgetreten? das mich schon gemacht wo mach ich das auf? keine Ahnung da oben drin ist vielleicht ja alter tritt mich mal meine Eier oder pro hier da sind zwei Gegner drinnen oder drei? alter alter die werden mich verarschen direkt mit der Shotgun oh boy karte alter ich schau's doch auskommt was machen wir denn drei Shotgun Typen auf dich zu rennen ja gewaltig jeder dich auf dem Boden bewegt das alter ja ich weiß mach das mal hier weil du da irgendwie dich geschissen bekommst komm mach du's besser ich bewege mich nicht komm mach du's besser ich bewege mich nicht ich wurde getroffen hey welches meine welches da ist da ach so das ist da da ah die kann weitergehen da 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 aber da kannst du keine Raketen abschießen ist der g da ist noch einer ist so ganz tot alter hau drauf alles was du hast hab ich wieder da muss man sich verheilen wir sind fast da alter wie fast da oh wir sind da du wirst noch von der versuch abgeknallt oh shit alter das geht jetzt auf der welt oder wie keine Ahnung alter oh shit ein Meer aus Blut da ist noch die Rüstung auf ihn drauf wenn dies Teil deines Platz ist es läuft glänzend ich bin wieder lieblich so war ganz knapp komm halt die Schnauze egal machen wir weiter oder hab ich auch gefragt nur ein Kapitel oder sollen wir es lassen sollen wir es lassen machen reicht doch oder ja ok dann sag ich viel Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten mal ja ich starte mal sicherheitshalber also nicht aufnehmen nein ich hab die Aufnahme gestartet achso sicherheitshalber nochmal ja 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 ich lebe nicht dass ich das hier überstehe arme families überall ich weiß nicht ob ihr schon mal nach oben geschaut habt da ist die kacke so richtig und angeht ganz große kacke richtig ist aber dass einmal aufgreifen wird Sucht nach Beckett und findet heraus, was er weiß. Endlich. Alter. Ganz große Kacke. Ganz große Kacke, Alter. Kannst du aufnehmen, warum kriegt das? Ja, geht. Wie geht? Das heißt, geht. Das ist ein fantastischer. Helicopter Mr. One-One am Kommando. Ich kann diesen Foto bei allen Turbulenzen am Ende nicht länger in der Luft halten. Er wird es weiter in Ruhe. Alter. Ist das bei dir auch so läuft? Nein. War mir so richtig laut, Alter. Okay, warte, ich muss auch mal kurz leiser stellen. Aber ich muss das für die ganzen Gegend tun, Alter. Ja, ich tür mich gerade da rum. Okay, kurz leiser stellen. Äh, Optionen, Audio-Anstellungen. Neul, dich ist nicht mehr im Leben. Ich meinte, der ist nicht mehr im Leben. Hälst. Alter, jetzt geht doch von der Schester, komm weg. Also, funktioniert. Du musst es funktionieren. Ja, funktioniert. Na ja, dann werden wir das hoch. Lass dir was hoch. Okay. Fuck, hinter dir. Wow, 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 wow. Alter, warte mal, die wollte ich aufheben. Okay. Okay. Boah, ich bin fast dauernd, ich bin fast dauernd, ich bin fast dauernd, ich bin fast dauernd. Lass dir einfach die anderen kürzen, Alter. Mann, ich kürze mich gerade. Alter, wieder bei dir die Hardcore bleib' ich, ne? Ich bin fast dauernd, ich bin fast dauernd. Scheiße, jetzt geht die Deckung. Ich snackte mir von der Seite. Scheiße. Scheiße. Boah, Alter, den hab ich weggesnackt. Da oben. Ziele fast. Da oben. Ich bin fast dauernd. 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 raus keine ahnung aber die sind alle gestorben nach und nach kam er aus alter blitzer und dann müssen der fantasie unserer mutter wusste ich also alter alter hast du dich mal umgedreht warum was war die tür hat sich geschlossen wir sind in einer anderen dimensionen gelandet alter wo die smith gegen geflohen hier sind ganz viele fiecher alter die sind alle weg guck mal lass mal schauen ob hier irgendwo leichen sind weil ich schilden hier ist 100 pro leite zeitlupe hast du das aufstieg so verbessert zehn prozent mehr gesundheit woher auch hier ist die leiche ja man eine waffe für mich aber ich muss den körper verlassen alter ja weil er schon alt und vergammelt ist nicht passt ja ja ist gleich hatte die katze übernehmen das ist ein riesen oder hat das hier bei mir sind voll viele die ist gar keine alter da waren gerade welche alter blitzgranate naja man hieß ne uzi flock hieß ne uzi wo bist ne gegner alter wackeln diese graue viecher alter alter statt neben dir warte mal ne kann man nicht man braucht diese dinge die hier auf dem boden gehen hier ist nur haste fernseher alter muss ihnen wichtiger sein als wir dachten alter die wollen auch den sergeant beckett haben ok hier kommt ein jumpscare alter alter geh mal weg da wo ist ein jumpscare ich will den sehen ne ich dachte wäre einer gekommen aber ich dachte geht zweiter deswegen weil da nur ein kleiner raum ist kann man nicht rein die kann man auch nicht rein ok gott für die frameroops 30 fps gerade ok ich trage gerade auch frameroops dann kommt hier irgendeine scheiße jetzt nein nicht da nicht da nicht da nicht da nicht da okay alter muss die körper wieder verlassen schon wieder ich versuche ich versuche das wie zu euch zu stoßen ja oh das ist ne komische Puppe seid einfach unvorsichtig warte mal komm da rein oh gut du war da gerade ne Puppe ne da war gerade ne Puppe ok ok ja wie immer lässt ihr mich vor ja klar doch alter wer boah ja man alter ich weff granaten wie ein genie die rumschreie ne manne aber wir reden ja alle auf englisch alter kranker scheiß echt jetzt? ja ja bei mir sprechen rein arisch arisch alter hast du das mal draufgeleitet? ach der ist schon tot warte mal hier ist doch bestimmt irgendwas ich hoffe war hier irgendwo eine leiche? äh keine ne hast du jetzt eigentlich die zweite folge hochgeladen? die lädt grad hoch du rennst und lädt hoch und dann noch nein ich lad grad nur hoch der renner ist abgeworfen der renner ist schon fertig achso ja ja alter da kommt Fischer jo granate man überhaupt diese komischen Dinger die die fallen lassen alter was für Dinger ja das siehst du gar nicht ne die Lasse muss die Dinger fallen damit ich mein Körper länger übernehmen kann ja ja ne ich hab schon nicht gesehen das siehst du nicht wahrscheinlich weil du noch am Leben bist und ich schon tot bin alter gleich gleich kommt da so ein blitz typi ja hier runter oder? ja hier runter oh ich würde eigentlich da drauf landen hier ist 100 Pole Leiche wow ne da kommen die Viecher raus aus dem Dinger hinter uns das bist du gewesen dankeschön oh mein gawd alter 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 du ich renne jetzt grad komm mit lass hier zurück achso ok warte wo bist du wo bist du auch dein scheiße okay du musst mit Bedacht spielen ja ich hab nen Körper der mein weißer Schüler mein weißer Schüler und der muss jetzt seine verlassen weil ich geh nix mehr einsammeln konnte ja mit Bedacht spielen scheiß Kanaka ja kein Kanaka aaa ein bisschen ein bisschen Kanaka steckt in jedem dran war Spaß da was ja ja aber mir ist nicht klar was letztendlich ihr Ziel ist warte mal geh du vor das sieht schon so gruselig aus alter nur da Pole Popo oder so hier hieß nichts hier warte mal hol auch noch? ne ne auch nicht ich komm nicht ach bin ich irgendwie leise oder so? ne bei mir nicht ok warte mal Alter sorry ich favourite das nicht Und da redet mal kurz Bruder. Ja, das ist der Nachteil. Ey, ich hab mich dabei gedoppelt gehört. Echt jetzt? Ganz kurz. Was soll das jetzt gewirkt haben? Das hat das geläuchert und jetzt? Ich glaub das soll es uns nur waren, aber es gibt mich ein Toten. Ach, mich auch. Das lädt. Oh shit, Alter. Monition. Das ist ein ATM. Ich muss da kurz Geld abnehmen, warte mal kurz. Ich muss zum Burger King. Zack, 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 zack. Machen wir mal 50 Euro. Hier kann man einen richtig geilen Jumpscare machen, ey. Geh mal in den Raum. Da ist nichts, keine Sache. Das ist echt vergruselig, Alter. Ja, da hätte man einen perfekten Jumpscare machen können. Ja. Aber ich glaub das ist zu vorhersehbar, weißt du? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich doch. Warte, kann man den Aufzug benutzen? Ich kann nicht mal auf Toilette. Du musst auch die Pickel, okay. Ich bin, ja. Bei mir ist klar, aber bei dir, du musst irgendwie die Pickel. Keine Ahnung. Hey, meine Ratte. Was brüllt denn hier so rum, Alter? Kannst aber auch keine Treppe unterlaufen. Ne, genauso wie können wir nicht mehr durch die Tür laufen, Alter. Oh Gott, da will ich gar nicht rein, Alter. Oh Gott, da will ich gar nicht rein, Alter. Ah, hier ist eine Puppe. Oh. War cool. Alter, die Herr... Alter! Oh, mein fucking Gott, Alter. Verpiss dich mal und schlampe, Alter. Vergewaltet Kerne. Oh, warum verfuck die uns, Alter? Weil wir die Söhne sind. Ja, schon, aber warum? Wenn ihr Kind nicht einfach so gebären, Alter. Kann nicht einfach aufhören, Männer zu vergewaltigen. Oder Flocke. Ja, auf jeden Fall. Hier ist ein ATM. Ja, aber ich hab schon gerade 5 Euro abgehoben. Nur wieder oben, Alter. Witzig, verarschen. Oh, falsch. Nein, hier ist ein Seelenband. Sieht aber genauso aus wie eben auf der anderen Seite. Okay, das ist gleich die gleiche Seite, weil das irgendwie, ne? Oh Gott, jetzt müssen wir da rein, ja. Du gehst bitte vor. Sichern Sie alle Kontrollpunkte. Paranomale Anomalien werden erwartet. Bleiben Sie in Teams von 2 oder mehr. Machen Sie regelmäßig Meldung. Wiederhole. Atmosphärische Störungen. Das sieht gruselig aus. Ein langer Gang. Die Tür hat sich abgeschlossen. Paranomale Anomalien werden erwartet. Bleiben Sie in Teams von 2 oder mehr. Machen Sie in Teams von 2 oder mehr. Alter, lass das Mädchen. Das kommt voll auf dich zugerollt. Komm in meine Hand. Komm in Papis Hand. Hallo. Okay, hier hab ich mich nicht erschreckt, du. Warte, da ist nicht die gleiche drinnen hier. Oh ja, Alter. Tatsache, hahaha. Tatsache. Wir müssen sich gar nicht stücken. Ich bin sicher auch noch die falsche Sprung gerade auf.